Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skullern bei uns. Heute geht es darum, wie ihr die Skins von La Peste bekommt, ohne La Peste zu besiegen. Weil ich höre wirklich ganz oft, dass ihr Probleme habt, Gruppen zu finden, die wirklich gegen La Peste kämpfen. Und alleine ist La Peste wirklich harte Arbeit. Also selbst wenn man die richtige Panzerung hat mit dem 50% weniger Giftschaden, ist das wirklich schon ein Brocken. Also man kann den alleine schaffen, ist aber wirklich sehr, sehr schwer. Heute im Stream haben wir ausprobiert, wie man die Truhen noch finden kann. Und zwar kann man, wenn man 10 Köpfe hat. Ihr kennt diese Köpfe aus Season 1, die man von den Beda-Schiffen bekommt. Da hatte ich schon mal im letzten Video was von erzählt. Wenn ihr davon 10 Köpfe in euer Inventar packt, dann habt ihr die maximale Fahndungsstufe von der Pestinenzflotte. Und dann kommen immer, immer wieder neue Gegner. Und nach einer bestimmten Zeit, wenn ihr Fahndungsstufe 4 erreicht habt, kommt auch ein Gegner mit Rauch. Das werde ich dir aber auch gleich alles erzählen. Jetzt nur mal als kleiner Vorspann. Ihr braucht 10 Köpfe. Das Ganze packt ihr in den Frachtraum und dann geht's los. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Würde mich natürlich über ein Follow freuen. Über ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ihr nehmt mehr als 10, aber mindestens 10 Köpfe mit, weil ich glaube vor dem Patch waren es 7 und jetzt sind es 10, um den maximalen Hass in den solchen Pestbringertypen zu kriegen. Das heißt, bei 10 Köpfen kommen die meisten Spawns. Dann am besten eine Dreiergruppe und dass jeder von den 3 Leuten 10 Köpfe dabei hat. Man könnte natürlich zusätzlich noch die Versorgungsquest mit dazu nehmen. Dann hat man natürlich unfassbar viele Gegner. Das lassen wir jetzt mal. Und dann ist es eigentlich ähnlich auch wie bei dem Versorgungsweg, bei der Taktik, um Geld zu verdienen. Man geht hier einfach raus nach St. An, an den Levelrand und besiegt durchgehend solchen Gegner. Und dann hofft man auf die kleinen Minibosse, die einem die La Pestruhe gibt. So verhindert man ja im Prinzip komplett, dass man den La Pest überhaupt machen muss. Also jeder, der La Pest dann Solo nicht schafft oder keine Gruppe findet, um La Pesto, Pasta Pesto zu machen, der kann auf diese Weise auch Solo eigentlich, boah Junge, direkt zwei Stück, er kann Solo eigentlich auch so ganz gut diese Truhen sammeln, wo die Skins drin sind und auch ähm Materialien. Äh, das sind aber ein paar viele Gegner, will ich mal sagen. Das sind ja echt viele Gegner, alter Schwede! Äh, ja, ist geil. Da macht dieser Mbuk natürlich mit dem Flächenschaden übel Sinn. Übelsinn sogar. Schön Flächenschaden, geil. Wir brauchen auf jeden Fall einen Heiler am Start, der uns immer auch heilt, damit wir hier nicht drauf gehen. Aber ansonsten ist das ja, alter Schwede, komm wie viele Gegner. Junge, 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 das ist ja crazy. Brenn! Brenn! Ja, das ist ja übel krass, wie viele Gegner kommen. Alter, du kommst ja gar nicht da raus aus den Gegnern. Das ist cool. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr geile Taktik in der Season. Jetzt, wenn man es mal vergleicht mit, ähm, vor der Season mit diesen Versorgungswegen. Wenn man jetzt einfach stumpf Materialien und so sammeln will. Guck mal, direkt der Nächste. Und die sind auch nicht immer so weit weg, das ist auch geil. Also, ich hab noch keine Truhe gefunden, ne? Wollte ich mal festhalten. Und ich hab, sind wir jetzt in 10 Minuten dran, also... 10 Minuten noch keine Truhe, aktuell liegt der La Pesto noch vorne mit seiner Truhe. Klar, den kannst du alleine nicht killen, aber rein zeitleistungmäßig ist der La Pesto noch vorne. Man muss Stufe 5 erreichen, dann kommt ein starker Gegner. Also, immer wenn Stufe 5 erreicht wird, dann kommt ein Gegner und dieser eine Gegner lässt dann auch so eine Pesto-Truhe fallen, richtig? Das ist ja... Okay, dann kann man das ja gut abschätzen, eigentlich. Wann... Wann so eine Truhe bekommt und wann so ein Gegner kommt. Das ist ja eigentlich ganz gut. Immer noch Pfadern und Schiffe 4. Ich wusste gar nicht, dass es auch 5 gibt. Ich dachte, 4 ist das höchste. Ach, guck mal, da ist eine. Meine erste Schatz-Truhe. War das denn ein besonderer Gegner? Nö. War ein stinknormaler Gegner, oder? Doch. Ja, wegen dem Rauch. Jetzt kam eine. Okay. Also, es sind doch besondere Gegner, ja? Ich muss gleich mal drauf achten, wie man die erkennt. Der hatte Rauch über dem Mast. Okay. Wenn der Rauch über dem Mast hat, dann ist das einer, der so eine Truhe gibt, ja? Und der muss man auch anhitten, nehme ich mal an, ne? Obwohl, in der Gruppe weiß ich es jetzt nicht unbedingt, aber... Aber wir sind ja immer noch Pfadern und Schiffe 4. Dann müsste es ja jetzt eigentlich abgehen, oder? Geht's jetzt ab? Der hat Rauch. Der hat Rauch. Guck mal, der ist es. Der hat so Rauch. Und der hat auch einen Doppelmörser. Okay. Der hat Rauch. Den muss man also wahrscheinlich auf einmal anhitten. Warte, ich will den Arten hinten. Okay. Sobald der Rauch hat, gibt er eine Truhe. Ja? Ja? Ja! Sobald der Rauch über dem Kopf hat, lässt er eine Truhe fallen. Guck mal, das war schon die zweite Truhe. Und das ist echt nicht schwer. Das ist eine super Möglichkeit, um die Viecher und die Truhen zu sammeln. Wir sind jetzt 17 Minuten dabei, Aufnahmezeit. Und das war der zweite. Das war echt entspannt, muss ich sagen. Müssen das 10 sein, oder reicht einer? Weil das muss ja auch erstmal gefahren werden. Bei 10 hast du den höchsten Fahndungsmodus. Also bei 10 kommen die meisten. Also rein Loot-mäßig ist das bombastisch. Also ich habe jetzt in 20 Minuten, glaube ich, mehr Loot bekommen, als in den Zeiten mit den Versorgungswegen. Man kriegt natürlich kein Zuckerrohr und so. Aber was du hier an Gold bekommst, guckt euch mal an. 69 geschliffene, ungeschliffene Saphire, Diamanten, die ganzen Gewürze. Das ist crazy. Und irgendwie 27 Silberkisten. Also wirklich, wirklich krass. Rein auch nur, um Silber zu farmen, ist das schon crazy. Aber zusätzlich halt auch zwei geheimnisvolle Truhen. Wo theoretisch... Oh, nee, das sind die nicht. Äh, nur eine Lepestruhe. Ja. Das muss man dann selber entscheiden. Wenn man Lepesto, äh, Lepeste nicht schafft, dann auf jeden Fall eine sehr coole Methode, um überhaupt an diese Truhen zu kommen. Äh, aber ansonsten bleibe ich dabei, ist, äh, Lepeste zu besiegen. Eine bessere, schnellere und auch einfachere Variante, um diese Truhen zu farmen. Das ist so. Das ist so.